ARD Text im Auftrag von Funk 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 wir will nicht könnte auch krepp und mann die Summe Prozent das wird verbirren bleiben öffentlich-interview das wurde Euro das ist ja aber das muss man er hat eine wichtige Lektion in Sachen vertraut er hat mich überlegen dass sie auf den Kollaborationspunkt dringend an Prozent Herr Räuble bringt er wieder ausgerüstet wird einmal hier drüber weil ich nach unten mehr als nach oben auf die Flüge durch die Ecke geht, und rüber! Ich guck grad den mit der Kamera! Die erlaubt man, dass es nicht mehr geht! Ja, komm! Äh! Ah, es geht noch runter! Gut! Hier fahr der aus, hier fahr der aus, hier fahr der aus! Ha! Ja! Äh, ich fahr dich jetzt nach unten, und dann musst du einfach nur da ein Portal machen! Ich kann mich auf den Tisch verbreiten, also von daher! Und dann bist du wieder oben! Ähm, ja, da ist bei mir kurz klar! Okay, ich lass dich dann mal da unten! Achso! Es scheint nur so, als würde ich eure Leistung nur mit Kollaborationspunkten bewerten! Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein! Ja, das hab ich gemerkt! Halt die Fresse, Gladys! Du hast zum Beispiel eben zwei Chancen-Hinweispunkte eingebüßt! Tja! Pech gehabt, würde ich mal behaupten! Hä? Tja! Ich hab sie gelaufen! Äh, okay! Nee! Es ist einfach nur winken! Lol! Ich wiederhole, dies ist kein Wettbewerb! Kann man das beeinflussen? Aber wenn es das wäre, würde er auch nicht gewinnen! Ah! Ist aber keiner! Oh! Aufwärmung! Oh! was?! Was? Noch kriegst nur Punkte? No... Oh! Oh, kriegst nur Punkte, verdammte! Lauf mal unter! Ja, ich guck mal unter! Ah, ich guck mal unter! Weil ich bin! Ja, ich guck mal unter! weg breit neid abg weil ich bin echt verrutscht ich total ich habe abgerutscht nadeln das hast du absichtlich gemacht ja ja So, hätte ich jetzt so oft gesagt. Ja, ja, ich verkehle. So, ich fahre die jetzt mal nach ganz oben. Äh, wie weit nach oben gehen die? Ich glaube, das sollte reichen. Ja, mach mal. Brauchen wir den Cube? Ähm. Wie ein rotes Portal, wo ich nicht wieder sterbe. Äh. Ähm. Keine Ahnung. Moment, ich weiß schon. Ich weiß schon, lass es da unten, lass es da unten. Lass es da unten. Ähm. Die Cube da unten. Äh, obwohl noch ein bisschen höher. Ich glaube, es geht, glaube ich. Ja, ja, warte, ich bin cool. Äh. So. Ich lauf doch schon. Warte, ich lauf doch. Ja. Ja, geht doch. Da ist MK. Jump der da hinten rum, ich glaub's nicht. Ja. ja das hatten wir doch schon mal Wuppen das nicht haben die Erfüllung die Steuermaschinen bla 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 glockt ihr Forschungspartner Koppelab manche Tests sind nicht auf das Labor beschränkt Koppelbauer schulden sich an das ich kann ich meine ich will euch nicht einmal sagen was ist gut hier in der Nähe hier und müssen ich wollte und eine Welt und ein also was er hat mit ihr 2 Hä? Wo kriegen wir die Disks her? Wie wär's mit... 2 Hebel, die nicht zu behörten? 2 Hebel, die nicht zu behörten? Ach, gleichzeitig! 2, 3 Da liegt eine! Hääääh! 1... 1, 2... Nein, ich hab' drei, 3... Ich hab' schon drei gesagt. Da. Das war offensichtlich . Haben meineretene eine.... Ja, meine STEVE, die principio ist. Nein! �org ist! Meine diese Skype-aaaah.. Wir haben hier einen Weg! Ich bin hier unten! Ha! Mein Portal, mein Portal. Jetzt bist du eingespürt. Oh, eins noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Nein, nein. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ah, ich würde uns wehtun, ah. Ich würde uns wehtun, ah. Muss ich uns so wehtun, ah. Aua, der schwule Gang wieder. Ah, das ist viel cooler. Ihr habt meinen Spruch hier aufmischt. Hey. Willkommen im Trainings- und Forschungszentrum für menschliche Systeme. Ich würde dann hier machen wegen Cut. Wir haben alle verfügbaren Teststrecken freigertet. Ja, gut.